Servus und grüß euch zu Folge 130. Let's Play Landwirtschaft Simulator auf meinem Kanal. Ja, die LS22 auf der NF-Marsch. Wir haben jetzt da gerade noch unseren ankommenden Nordebund, der noch Gras drin hat. Schauen wir mal. Passt nicht ganz hinein. Schaut, dass der nächste Punkt aber nicht so weit ist. Achtung, hui, Sprenghundel. Dann nehmen wir nämlich einfach den Fermenter da vorne. Und kippen wir da den Rest rein. Und dann ist das gut so. Ein bisschen in die Auftragsliste rein. Ah, düngen und säen haben wir schon her. Gehen wir gleich mal den auch nicht mehr. Und den auch nicht mehr. Du fährst jetzt einmal zum Hof, bitte. So. Was brauchen wir jetzt? Einmal düngen haben wir gehabt, gell? Düngen auf der 44. Und das ist Herbizid. Zählmaschinen, die brauchen wir als nächstes. Dann haben wir... Nein, das ist zu weit. Da müssen wir... Da haben sie. Mineraldünger, da haben wir schon was richtig hier. Da hatten wir die... 41... Nein, die 44. Jetzt haben wir das einmal Sticker noch draußen. So. Und auf der 81 brauchen wir Roggen. Oh, ich denke, wir haben wir gerade noch rum. Komm, ja. der hat 6 Meter Arbeitsbreite, wir haben auf dem Feld 81, das ist aber das kleine da unten, oder? da haben wir nicht mehr einen Kurs drauf, da ist noch nichts eingefahren da machen wir das zur Notart einfach selbstständig dann müsste das Feld 61 ins Visier hier, und hier geht's wo fangen wir jetzt da los mal an meine Antwort über die automatische Reinigungsnagel ein bisschen was im Stand gesetzt dann parken wir den Kollegen da wieder gemütlich geparkt in der Halle, aus Obstück, aus Abzoppeln Vorderfeld 18, da haben wir den richtigen Punkt dann ein bisschen weiter nach hinten noch da geht's, geht schon zu alles gut so, das andere war die 44 ja da oben ist er haben wir für die 44 eventuell schon einen Kurs nein, aber nicht der hat fixe Arbeitsbreite der hat wo ist er denn wo ist er denn wo ist er denn die waren variabel gewesen, ja da haben wir kurz den getrennt hat schon mal 42 Meter da Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, deswegen, der ist umgestellt. Jetzt haben wir 42 gepasst. Jetzt setzen wir wieder herunten an, würde ich sagen. Das klingt doch gut. Feld 44, Streuer, 42 Meter. Hier ist der Wegpunkt. Das klingt doch gut. Mal genau Maß nehmen auf den Startpunkt. Und da hier geht's. Das ist ja schön. Das ist auch schon durch. Ja, schön killig. Das klingt doch gut. Das klingt doch gut. Dann legen wir doch los. So, Sähmaschine senken. Und an sollten. Das klingt doch gut. 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 Und was dann noch einiges zu tun hat. Das klingt doch. Das klingt doch einfach aus der Tatsache. Ja. Wo ist er denn? Wo ist er denn krass? King Max macht wieder Revieüberwachung von seinem Fensterplätzchen aus. Räufig von seinem Fensterplätzchen aus dem Fensterplätzchen aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir wackeln hin, wir wackeln her Die Hälfte haben wir Ich konnte jetzt im Moment anhoffen, dass der Teich hält, weil sonst... Ich glaube, dass wir nämlich diesen Streifen da außen nicht mehr machen brauchen, dass wir nur die 100% erreichen werden Geht's zum anderen drum Vor der Mutter, der hier ist ja... 60... Ich glaube, dass wir da nicht den Oli-Bahn fertig ziehen müssen... Vorher zu... Ich glaube, dass wir da nicht den Oli-Bahn haben... Ich glaube, dass wir da nicht den Oli-Bahn haben... Von der Struktur her besser finden... Wenn man Steine sammeln wirklich ausschaltet... Darfst du Steine sammeln dann auch wirklich ausgeschaltet ist... Dass die Steine weg sind... So... Aber ich würde auch sagen... Wie die weitere aussieht... Werden wir dann in der nächsten Folge machen... Und schauen wir mal, wie weit das wir wirklich arbeiten müssen... Bis wir dann durch sind... Ich verabschiede mich von euch... Sagt Danke fürs Zugucken... Und dann bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal... Habt eine schöne Zeit... Lasst seine Lehrern... Jutgi... Einmal wirklich... Fiat euch!